Sutterlütte ist 100% klimaneutral prima fürs Klima, prima für die Kunden. Wer sich beim Einkaufen keine Gedanken ums Klima machen will, der ist in den 22 Sutterlütte-Märkten in ganz Vorarlberg genau richtig. Was bedeutet das aber für die Kundinnen und Kunden ganz konkret? Wir haben uns mit Firmenchef Jürgen Sutterlütte darüber im Lauteracher Ländle-Markt unterhalten. Mein Markt. Sutterlütte Ländle-Markt. Ab Montag auf RTV.